Ich bin der Erste, der beginnt. Wow! Oh, wow! Eine ganze Reihe von verschiedenen Eissorten. Mein Traum wird wahr. Kate, jetzt bist du dran. Komm hier, schwindel ich. Na, was hab ich bekommen? Oh nein! Warum werde ich auf diese Weise bestraft? Ich will diese Chilischoten nicht. Die sind viel zu scharf. Awesome! Oh ja, mein Kugel wird ja viel leckerer sein. Wenn ich erst mal das Eis drauflege. Schau mal, wie bunt das aussieht. Awesome! Ich weiß sogar, wie ich die Torte noch schöner machen kann. Ich brauch einfach auf der Spitze noch mehr Eis. Bingo! Den gesamten Eimer. Und wenn ich jetzt die Torte noch etwas höher machen könnte? Zum Beispiel mit noch einer Eiskugel? Wow! Awesome! Wow! Wow! Ey, ist ja toll! Ah, du weißt ja noch gar nicht, wie lecker diese Torte sein wird. Gleich werde ich es dir ausführlich beschreiben. Das ist erstaunlich. Das ist erstaunlich. Genauso lecker, wie ich dachte. Kate, willst du auch was probieren? Für dich, please. Natürlich, wenn du mir was gibst. Willst du was? Krieg's aber nicht. Denn das ist meine Torte. Du hast deine eigene. Na los, probier was. Ich hoffe, dass ich von einem Bissen nicht vielleicht ein Feuer einfache. Ich wünsche mir Glück. Ach, mein Mund brennt. Was für ein Albtraum. Von dieser schrecklichen Torte erzähl ich nichts mehr. Oh no. Ach so. Dann werde ich wohl das Rad der Strafe rausnehmen. Mal sehen, was du bekommst. Awesome! Oh yeah. Noch mehr Tabaske über deine Torte. Ich bespritze einfach mal deine Torte. Was hast du da getan? Mann, ich hatte mal eine blaue Torte und jetzt ist sie ja ganz rot. Jetzt werde ich sicher verbrennen. Tom, wenn hier gleich was brennt, dann bist du daran schuld. Ich spüre meinen Mund nicht mehr. Du hast Dampf in den Ohren. Oh nein, ich hebe ab. Wo willst du hin? Wer wird die Kuchen essen? Diesmal müssen wir das Rad wohl selber aufhalten, oder? Okay. Ich mach's einfach mit geschlossenen Augen. Was zum Teufel ist das denn? Mayonnaise und Essigpurken. Ich wollte doch keinen Salat machen. Awesome! Mal sehen, was ich diesmal bekomme. Was Leckeres, oder? Nee, das ist voll unfair. Ich muss das Rad weiterdrehen. Nee, das ist jetzt unfair. Wenn du schummelst, muss ich das Strafrad wieder rausholen. Okay, wo sind meine Schoko-Geschenke? Ich liebe Nutella und Bueno. Und ich muss wohl die kalorienreicheste Torte auf der Welt zubereiten. Diese Mayonnaise ist so eklig. Das ist fett. Nutella hingegen ist einfach fantastisch. Könnte ich jeden Tag essen. Wie kriege ich jetzt die Maie auf den Kuchen? Die ist so dick. Wow, richtig fettig. Awesome! Ich hab ne Idee. Nutella ist auch dickflüssig. Deshalb muss ich sie auf besondere Weise angehen. Ich nehm mir Werkzeug und bringe die Nutella an der Torte an. Oh, das ist wohl die leckerste Torte, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Okay. Jetzt muss ich nur noch die Nutella ausrollen. Awesome! Sieht schon mal gut aus. Ich will auch was probieren. Ups, jetzt hab ich Schokolade in der Sicht. Das ist toll. Wenigstens kann ich etwas leckeres probieren. Diese blöde Mayonnaise will nicht rauskommen. Na komm schon. Na endlich. Sieht mega eklig aus. Bingo! Hier stimmt noch was nicht. Vielleicht ist sie nicht flach genug. Ich nehm mir so lange deinen Roller. Hä? Aha, ich hab ja rausgefunden, was los ist. Awesome! Ich muss die oberste Schicht etwas fester machen. Oh, weird. Hä, was ist das denn? Wo kommt die Mayu her? Kate, ich glaube, du steckst dahinter, oder? Du hast meine Torte ruiniert. Wieso hast du mir das Glas auf ihn abgestellt? Damit du mir nicht mehr an die Quere kommst. Hilf mir, das Ding abzunehmen. Oh no! Ich hab gerade keine Zeit. Ich muss nämlich meine Schokoriegel anbringen. Das ist ein anspruchsvoller Job. Perfekt. Wie soll ich die Gurken anordnen? Das ist eine große Herausforderung. Vor allem ohne Hände. Schau dir meinen Kuchen an. So richtig schön schokoladig. Awesome! Ich will auch so einen. Kann ich vielleicht was von dir probieren? Ich geb dir auch was von meinem ab. Von deinem? Nein, vielen Dank. Ich will mein Schokowunder probieren. Awesome! Wie lecker. Leute, ihr solltet alle mal so eine Torte probieren. Was? Ich muss meine Torte auch probieren. Ich glaube, ich werde nicht begeistert sein. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Dieser Kuchen ist schrecklich. Wie geht's? Was wird diesmal auf uns zukommen? Wow, Zuckerwatte. Super. Ich hoffe, ich krieg auch was Leckeres. Oh Mann, nur Kerzen. Hey. Das sind Kerzen, die du auch noch essen musst. Und ich werde dir dabei zuschauen und dich auslachen. Ich hingegen werde meine Zuckerwatte an der Torte anbringen. Aber zuerst mache ich mir daraus einen richtig guten Schnurrbart. Und nicht nur ein Schnurrbart. Ich mache mir ein Ziegenbart. Jetzt sehe ich aus wie ein echter Pirat. Zuckerwatte ist eine coole Sache. Voll köstlich und macht eine Menge Spaß. Ich bin einverstanden. Ich habe auch was von der Zuckerwatte probiert. Hoffentlich macht mir das nichts aus. Köstlich. Lecker. Wie konntest du es wagen? Das ist meine Zuckerwatte. Du darfst sie nicht anfassen. Ich werde nämlich damit meinen Kuchen dekorieren. Jeder Millimeter Watte ist mir wichtig. Daraus kann ich richtig schöne Figuren machen. Ein Häschen und eine Ente. Die sehen richtig cool aus. Und jetzt wird es Zeit, dieses Wunder zu probieren. Sehr lecker. Genau das, was ich wollte. Kuchen mit Kerzen ist was Tolles. Aber wer isst die Kerzen schon? Man pustet sie einfach aus. Das war es dann. Aber ich mag es, Kerzen auszupusten. Und sie anzuzünden. Jetzt will ich sie ausblasen. Hey, Tom, was erlaubst du dir überhaupt? Findest du das lustig? Du hast den Alarm ausgelöst. Jetzt werden wir alle nass. Was habe ich angetan? Ich will das nicht. Blödes Wasser. Tom, alles nur wegen dir. Come on. Gut, dass ich wenigstens noch meine Torte essen kann. Oh nein. Meine arme Torte. Meine arme Zuckerwatte. Awesome. Jetzt will ich auch was probieren. Okay, die Kerze gefällt mir nicht wirklich, aber die Torte ist lecker. Monika, du drehst zuerst am Rad. Nee, ich will keinen Kaktus. Ich hätte gerne Sahne. Nein, das kannst du nicht tun. Ein Kaktus bedeutet Kaktus. Pech für dich. Aber mach dir keine Sorgen. Das bedeutet, dass ich Glück haben werde. Mal sehen. Oh ja, nichts schmeckt besser als Hubba-Buba-Kaugummi. Vor allem, wenn es ein ganzes Bündel davon gibt. Ich kann es kaum erwarten, sie aus den Schachteln zu holen und auf meine Torte zu legen. Ich glaube, das wird mega lecker. Awesome. So weit, so gut. Meine Torte sieht schon so richtig bunt aus. Und das ist noch nicht alles. Und aus dem Rest kann ich noch ein Herzchen formen. Voll schön. Monika, gefällt es dir? Richtig niedlich, oder? Jetzt wird es Zeit, dass ich was probiere. Oh Mann, das ist einfach unglaublich gut. Genau so eine Torte könnte ich für den Rest meines Lebens essen. Kann ich wenigstens das Herz probieren? Nein, das werde ich noch selber essen. Willst du die größte Kaugummi-Blase auf der Welt sehen? Du wolltest es nicht mit mir teilen? Dann nimm diese Stachel hier. Hier. Hey, wie konntest du es wagen? Mein Gesicht ist voll klebrig. Na warte, jetzt will ich sehen, wie du deinen Kaktus isst. Oh, tatsächlich, wie soll ich ihn essen? Der ist so voll stachelig. Bingo. Hm, ich weiß, ich muss zuerst die Stacheln loswerden. Nein. Dann wird der Kaktus kein Problem mehr sein. Die Nagelschere klappt nicht. Die ist zu groß. Hm, diese Zange hier passt perfekt. Oh, das ist so langweilig. Erledigt. Jetzt muss ich nur noch eines tun. Den Kaktus über meinen Kuchen reiben. Oh, sieht wirklich schön aus. Schön bunt. Genug geredet. Zeit, ihn zu probieren. Ich hoffe, er schmeckt auch gut. Oh, nee, als würde ich Torte mit Gras essen. Ekelhaft. Guten Appetit. Ich will zuerst das Rad drehen. Würde mich auf den Arm nehmen. Ich hasse Muscheln. Wieso habe ich so viel Pech gehabt? Weil ich hier die Glückliche bin. Ich kriege Sahne. Hm, diese Schlagsahne kommt direkt auf meine Torte. Ja. Das Wichtigste ist schön durchschütteln. Erledigt. Und jetzt kann ich meine Torte probieren. Oh, oh. Ah, ha, ha. Hey, Weihnachtsmann. Was machst du denn hier? Haha, sehr lustig. Du bist doch bloß neidisch auf mich. Denn ich habe eine ganze Torte mit Schlagsahne. Mann, ich hätte auch gerne was davon. Du hast doch auch eine Torte. Und zwar mit Muscheln. Viel Spaß. Mann, die gefallen mir ja gar nicht. Ah, das tut voll weh. Ich glaube, ich habe einen Zahn verloren. Mann, ich will die nie wieder anfassen. No, 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 please. Hey, du hast doch keine Ahnung, wie man damit umgehen muss. Siehst du, du musst das Fleisch aus den Schalen ziehen. Schau doch mal, sieht doch toll aus, oder? Und jetzt kannst du das auf deine Torte legen. Das stinkt ja. Muss das sein? Natürlich. Oh Mann, wie konnte ich das bloß tun? Ich habe die Torte ruiniert. Ich glaube, ich muss gleich kopfen. Ich muss mich wirklich übergeben. Wow. Das ist ja eine Perle. Susie, lass mich. Ich habe die Muscheln geöffnet, also gehört die mir. Gib sie zurück, das waren meine Muscheln. Nein, meine. Oh nein. Wie sollen wir die Perle jetzt finden? Ich werde sie finden. Vergiss es, du hast keine Chance. Hier ist nichts. Wir haben nichts gefunden. Och, Menno. Jetzt bin ich an der Reihe, das Rad zu drehen. Oh nein, ich bin Erste. Oh ja, ich habe schon lange davon geträumt, diese Marshmallow-Sticks zu bekommen. Die lassen den Kuchen mit neuen Geschmacksrichtungen spielen. Voll cool, oder? Sie sehen aus wie Zöpfe. Na gut, hoffentlich kriege ich auch noch was Leckeres. Heute ist eindeutig nicht mein Tag. Ich kriege ich auch noch Nudeln. Ja, und damit musst du jetzt deine Torte dekorieren. Viel Spaß. Okay. Okay. Ich habe wohl keinen anderen Weg. Fertig. Ich habe noch nie so eine seltsame Kombination probiert. Oh nein. Der schmeckt voll ekelhaft. Was für ein ekelhaftes Knuspern. Ich muss mir die Ohren zuhalten. Bingo. Ich habe eine Idee. Wenn man Kornbisswasser über den Kuchen gibt, dann kriege ich zumindest gekochte Nudeln. Ich würde sagen, das ist Mittagessen mit Nachtisch. Gefällt mir. Solange Monika ihre Nudeln isst, werde ich meine Torte dekorieren. Awesome. Das sieht ja richtig hübsch aus. Could you please? Monika, träum nicht mal davon. Du hast gesagt, du würdest zu Mittag essen. Ich glaube, Susi wird nichts dagegen haben, wenn ich mir einen Zopf ausleihe. Sei nicht so gierig. Hey, lass es los. Das ist mein Marshmallow. Was hast du angerichtet? Das war der leckerste Fall in meinem Leben. Wer dreht zuerst? Schnick, schnack, schnuck. Ja, ich habe gewonnen. Nein, Monika, du hast mich mit Pech angesteckt. Was für ein Horror. Ich hoffe, diesmal werde ich was Leckeres bekommen. Na, endlich. Ich kriege was Leckeres für meine Torte. Ich kann es kaum erwarten, mit diesen Glotzern meinen Kuchen zu verzieren. Oh ja. Kommt her, meine Kleinen. Ihr seht so toll aus. Awesome. Bonner, endlich. Ich kann es kaum erwarten. Was Leckeres zu probieren. Susie, ich habe nicht vor, mit dir zu teilen. Ich werde alles selber aufessen. Awesome. Sieht voll köstlich aus. Lecker. Monika, denkst du etwa, dass ich es nicht schaffe, dir einen Glotzer wegzunehmen? Du wirst es nicht schaffen. Du bist voll gierig. Oh, darauf habe ich so lange gewartet. Mann. Endlich kann ich meine Torte mit Genuss essen. Oh nein. Mann, ist die schnell. Und hier ist noch der letzte Glotzer. Den werde ich hochwerfen und... Aua, der ging daneben. Aber dafür habe ich ihn gefangen. Der war wirklich lecker. Wie auch immer. Es wird Zeit, dass du deine Chili-Schoten isst. Nein. Die machen mir voll Angst. Ich hoffe, ich werde nicht verbrennen. Komm schon, ich helfe dir. Vereile dich. Schneid dieses Feuermonster. Okay. Dann wollen wir mal. Ich habe nur ein bisschen genommen. Aber ich spüre schon, wie sich das Feuer in meinem ganzen Körper ausbricht. Das ist noch nicht genug. Du musst den Kuchen aufessen. Er hätte gedacht, dass du so grausam sein könntest. Oh nein, hier kommt das Feuer. Okay. Okay, jetzt geht das zu weit. Wir müssen sie retten. Oh, mir geht's viel besser. Vielen Dank, Monika. Was für schöne Torten. Ich bin bereit, dass die Körper meine auszuwählen. Wow. Die Gummiwürmer sind toll. Mira, sieh nur, wie viele es gibt. Jetzt bist du an der Reihe, das Rad zu drehen. Ich fühlte, ich werde etwas weniger Leckeres bekommen. Ich wusste es. Echte Würmer sind eklig. Evid, sie sind so hässlich. Sie kann ich nicht auf meine Torte legen. Es lässt sich nicht ändern, ob du willst oder nicht. Du musst es tun. Ich schließe meine Augen, um es nicht sehen zu können. Mami, sie bewegen sich. Das ist so schrecklich. Warum nimmst du so wenig? Du musst alles einbauen. Ich hätte nicht gedacht, dass du so grausam bist, Kate. Ich dachte, du wärst meine Freundin. Ja, das ist nicht der beste Anblick. Aber das ist nicht meine Schuld. So sind die Regeln. Ich will es nicht in den Mund nehmen. Die Würmer werden sich bewegen. Das kann ich sicher nicht überleben. Das ist ekelhaft. Ich muss sofort eine andere Torte essen. Egid, es ist immer noch eklig. Sie schmeckt noch nach Würmern. Ich glaube, da krabbeln etwas auf meinem Gesicht. Oh nein! Noch Würmer. Ich bin schon satt. Sie krabbeln sogar in mein Haar. Wann wird das enden? Könntest du vorsichtiger sein? Ein Wurm ist mir direkt unter die Nase vorbeigeflogen. Gut, dass du alles aufgegessen hast. Und jetzt bin ich mit meinen Wummelwürmer dran. Eine bessere Dekoration kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin mir sicher, dass sie meine Torte nicht nur dekorieren, sondern auch viel besser schmecken lassen. Sieh nur, wie hübsch sie sind. Sieht wirklich entstammlich aus. Und wie köstlich es ist, kannst du dir nicht vorstellen. Ich könnte eine ganze Torte auf einmal essen. Eine bessere Kombination kann ich nicht mehr vorstellen. Kate, könntest du mir eine Freude machen? Gibst du mir wenigstens ein Stück ab? Bitte! Du sagst Quatsch. Darauf brauchst du nicht einmal zu hoffen. Eine andere Antwort habe ich nicht erwartet. Okay, ich werde dir eine Lektion erteilen, Freundin. Was ist das? Ein Angriff? Ich kann für meine Torte entstehen. Mal sehen, wer sich als Stärke erweist. Verteilige dich! Verteilige dich selbst. Ich weiß, wie man angreift. Das ist ein ganz schöner Schlag, wie sehr gut im Kämpfen. Ich bin bereit, alles für die Torte zu tun. Ich habe verloren. Ich darf die Torte nicht probieren. Daran werde ich dich erinnern. Ich habe einen neuen Plan. Was machst du da, Mila? Jetzt gehört die ganze Torte definitiv dir. Na, das ist doch perfekt. Schlammig. Ich bin bereit, das Rad wiederzudrehen. Das wird mich wegwehen. Was für ein starker Wind. Oh nein, das kann nicht sein. Das sind die Chineschotten. Endlich hast du etwas Äckiges, nichts Süßes. Mal sehen, wie du es schaffst. Ich bin sicher, dass das Glück dieses Mal auf meiner Seite ist. Du hast Kaugummiaugen. Das ist nicht fair. Warum denn? Das ist gerecht. Das Schicksal hat entschieden. Schau mal, wie gut die Kaugummiaugen auf meiner Torte aussehen. Oh mein Gott, das ist die beste Kombination. An diese Torte werde ich mich immer erinnern. Ich möchte es auch probieren. Niemals. Du hast mit mir nichts getan. Und ich werde es auch nicht tun. Bist du verrückt? Du hast mir fast verletzt. Jetzt wirst du sicher nicht mehr meine Torte anfassen. Und wozu brauche ich diese Gabel? Ich esse sie mit den Händen. So schmeckt sie besser. Und außerdem kann man viel mehr auf einmal in den Mund nehmen. Ich kann mir nur vorstellen, wie köstlich das ist. Da wird ein Traum wahr. Du hast recht. Aber es gibt einen Nachteil. Es ist zu schnell ausgegangen. Es ist nur noch ein Kaugummiauge übrig. Ich werfe es hoch und fange mit dem Mund auf. Oh nein, das habe ich verfehlt. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Ein wahres Geschenk des Schicksals. Ich habe es geschafft, die Weingumme doch noch zu probieren. Und jetzt isst deine Chili-Torte. Danke, dass du mich daran erinnern hast. Okay, ich fange mit der Dekoration an. Übrigens ist es ganz gut gelungen. Schau mal, wie gut diese Farben zusammenpassen. Jetzt sag mir, wie deine Torte schmeckt. Ich könnte ohne das leben. Es scheint, ich muss es tun. Ich spüre schon etwas Scharfes. Ich mag kein Chili. Warum so wenig? Nimm mehr Stücke auf einmal. Du wirst sehen, es wird nichts Gutes dabei herauskommen. Versuche nicht, mich zu verwöhnen. Iss alles auf. Alles. Ich hoffe, du bist jetzt glücklich. Oh nein, ich glaube, Feuer kommt. Mami, ich brenne. Vielleicht hätte ich es doch übertrieben, sie den ganzen Pfeffer essen zu lassen. Warte, Kate, ich hole dir etwas Wasser. Das hilft sehr. Ich danke dir. Ich bin jetzt an der Reihe, das Rad zu drehen. Kaktus? Wow. Aber es ist stachelig. Wie soll ich das essen? Warte eine Sekunde. Ich glaube, da war ein Fehler. Das Rad ist auf dem Pommes stehen geblieben. Also gut, es gibt keine Möglichkeit zu schummeln. Stimmt, mich kannst du nicht täuschen. Jetzt drehe ich das Rad. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich etwas Leckeres bekommen werde. Kaugummi, mein Bauchgefühl hat recht. Wow, so viele Sorten. Du hättest mir wenigstens einen von ihnen geben können. Niemals. Ich möchte sie alle selbst ausprobieren. Ich denke, wenn man die Farben kombiniert, wird es sehr hübsch und hält. Gott, das riecht lecker. Ich kann mich kaum zurückhalten, es zu essen. Es ist wirklich toll geworden. So eine Torte würde ich auch gerne mal haben. Man muss nicht alle Kaugummis für die Dekoration verwenden. Man kann sie auch einfach so essen. Du hast recht. Schau. Ich habe ein Herz. Wow, das ist wirklich schön. Ich denke, es würde die ganze Komposition perfekt abschließen. Das ist genial. Du bist eine wunderbare Dekoratorin. Danke dir. Der große Moment ist endlich gekommen. Ich kann ausprobieren, was ich gemacht habe. Ich habe keinen Zweifel daran, dass es wahnsinnig lecker ist. Oh ja, du hast hundertprozentig recht. Ich werde nicht aufhören, bis ich alles aufgegessen habe. Hey, Dago, du bist total schmutzig. Wo sind deine Manieren? Gib es zu, du bist einfach neidisch auf mich. Ich hatte ganz vergessen, dass man aus Kaugummi Seifenblasen machen kann. Vielleicht hörst du auf. Diese Blase macht mir Angst. Sie ist wirklich groß. Alles, ich muss jetzt aufhören. Entschuldigung. Was hast du getan, Mila? Ich bin ganz schmutzig. Das ist ungeheuerlich. Aber es ist deine eigene Schuld. Ich habe dir gesagt, du sollst aufhören. Aua, was für ein stacheliger Kaktus. Ich kann es nicht essen. Denke dich etwas aus. Das ist dein Problem. Ich habe eine Idee. Und ich werde versuchen, sie zu verwirklichen. Ich fürchte, diese Schere wird nicht funktionieren. Ich brauche etwas Kleineres. Diese ist auch zu groß. Aber die Manikürsche ist genau richtig. Es ist an der Zeit, meinem Kaktus die Haare zu schneiden. Die Stacheln stehen nicht gut für ihn. Das war also dein Plan. Genial. Danke. Ich hoffe, ich kann jetzt meine Kaktusorte essen und mich nicht verletzen. Aber warum dauert es so lange? Ich schlafe schon ein. Wach auf! Was hast du gemacht? Ich habe mir wehgetan. Beeile dich, dekoriere deine Teute und iss schneller. Ich habe es verstanden. Ich muss meinen Kaktus reiben. Dann wird es viel bequemer sein, ihn zum Dekoration zu verwenden. Sieh nur, wie gleichmäßig die Schicht ist. Ich habe gute Arbeit geleistet. Sehr gut. Jetzt ist die Zeit herausfinden, wie es schmeckt. Der Kaktus ist ein bisschen bitter, aber insgesamt schmeckt alles nicht schlecht. Das ist großartig. Oh, ist ja voll schick hier. Hoffentlich erwartet uns was Leckeres. Du hast recht, ich habe Erdbeeren bekommen. Die sind so schön reif. Da hast du Glück gehabt. Mal sehen, was mich erwartet. Was für ein netter Lutscher. Was ist denn da drin? Eine riesige Kakerlake. Lass uns mit deinen Erdbeeren anfangen. Wie du meinst. Kann ich auch mal probieren? Ich hoffe, Emma bemerkt nichts. Du meinst, ich würde nichts bemerken? Gib meine Erdbeere zurück. Ich will doch nur was probieren. Ich habe nur das Grünzeug bekommen. Geschieht dir zu Recht, Miranda. Das ist meine Beere. Nur ich kann sie essen. Sieht voll lecker aus. Gib mir trotzdem was. Wie lecker. Wieso ist mein Teller leer? Wo sind meine ganzen Erdbeeren hin? Miranda, hast du das gemacht? Leugne es nicht. Hier, mach den Mund auf. Ich will aber diesen Lutscher nicht. Musst du aber. Du bist so gemein, Emma. Aber ich kann gar nicht hinschauen. Hast du die Kakerlake aufgegessen? Oh Mist, die habe ich ja ganz vergessen. Die ist in meinem Mund. Hilfe. Die lebt ja noch. Du meine Güte. Die rennt auch noch. Was soll ich tun? Ich muss sie totschlagen. Komm her. Emma, du hast es geschafft. Seltsam. Wo ist sie? Oh nein, sie lebt noch. Wieso hast du den Schuh hochgeworfen? Der fällt doch direkt auf unserem Kopf. Die Kakerlake ist weg. Das würde ich nicht so sagen. Die ist auf deinem Kopf. Was ist nicht das? Halt durch, Emma. Ich habe einen größeren Schuh. Aua, das tut weh. Aber danke für deine Hilfe, Miranda. Unser Plan hat nicht funktioniert. Neues Essen. Ich fange an. Eine kleine Kloschüssel. Sieht ja cool aus. Und was willst du damit machen? Irgendwas wird mir schon einfallen. Ich nehme so lange meinen Deckel ab. Wow, das sind ja Glotzer. Super. Wow, du hast wirklich das Glücks losgezogen. Es wird Zeit, die Dinger zu probieren. Ich fange mit diesem Auge an. Hey, was machst du, Emma? Hör auf, herumzualbern. Komm schon, sei kein Langweiler. Köstlich. Ich will gleich weitermachen. Hier kommt das zweite Auge. So schön weich. Ich liebe es. Nichts kann mich bremsen. Teiltest du vielleicht mit mir? Auf keinen Fall. Ich habe selber nicht genug. Du bist voll witzig, Emma. Du bist voller Augen. Und das ist noch nicht alles. Jetzt bist du aber dran. Okay, mal sehen, was da drin ist. Ich sehe schon mal Lutscher. Das ist ein guter Anfang. Hey, kannst du bitte die Packung nicht in meine Richtung werfen? Du hast ja zwei, Lutscher. Gib mir einen. Was machst du da, Emma? Der Chupa Chups gehört mir. Ich wollte doch nur die Verpackung abnehmen. Versuche es ja nicht, mich zu täuschen. Ich weiß, was hier Sache ist. Mal sehen, was im Klo drin ist. Wow, was ist das denn? Ah, das muss wohl Brause sein. Voll cool. Da kann ich meinen Lutscher reintunken. Ich bin mir sicher, das wird lecker. Oh, ja, süßes Karamell. Mit dieser sauren Brause ist die perfekte Kombination. Ich kriege gar nicht genug davon. Ich will auch was probieren. Du schon wieder, Emma. Was machst du, Miranda? Hör auf, mich zu schlagen. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Du gehst mir auf die Nerven. Hier, das hast du verdient. Darf ich diesmal anfangen, bitte? Das ist voll nett von dir. Mh, Bärenfanta, voll cool. So was habe ich noch nie probiert. Oh nein, ich habe meinen Fingernagel kaputt gemacht. Du Arme, lass dir helfen. Siehst du, schon hat es geklappt. Oh, ich will auch was davon probieren. Nein, das ist meine Fanta. Gib die her. Oh, der Duft ist wirklich toll. Ich bin mir sicher, das wird toll schmecken. Großartig. Hättest du aber auch mit mir teilen können. Als Zeichen der Dankbarkeit. Wenn du nicht willst, nehme ich mir selber was. Mh, voller Frischend. Ich liebe den Geschmack. Wo kommt der Strohhalm her? Emma, hast du sie noch alle? Komisch, wieso kommt da nichts mehr? Ah, hallo Miranda, wie geht's dir? Halte dich fern von meiner Fanta. Oh, sorry, das wollte ich nicht. Das war einfach zu lecker. Aua, du hast direkt mein Gesicht getroffen. Hör auf zu schmollen. Schau nach, was du hast. Hm, seltsam. Ich habe einen Knopf. Was soll ich damit machen? Keine Ahnung, drück drauf. Was ist denn hier los? Wer bist du denn? Ich arbeite mit chemischen Waffen. Ich habe hier was für dich. Für mich? Ich brauche aber nichts. Leider ist es nicht an dir, das zu entscheiden. Bitte sehr. Den Knopf nehme ich mit. Oh ja, fast vergessen. Jetzt bist du in Zone hoher Strahlung. Miranda, wie geht's dir? Ist alles in Ordnung? Das sind die sauersten Bonbons auf der Welt. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, ob ich das überleben werde. Hey, das ist doch voll cool. So was hast du noch nie empfunden. Wow, ich hätte keine Angst haben sollen. Gibst du mir auch was? Tut mir leid, aber ich hätte selber gerne einen Arschlag. Oh, wie sauer. Ich mag das sogar. Du siehst im wahrsten Sinne des Wortes etwas zerknittert aus. Wie auch immer, ich will auch was probieren. Oh man, das ist wirklich ein Erlebnis. Wo sind meine Bonbons hin? Hey, hast du sie etwa aufgegessen? Gib sie zurück. Die Dose ist leer. Oh, das hat so gut geschmeckt. Ich konnte nicht anders. Aber jetzt bereue ich es. Ich brauche dringend ein Schild. Das ist mir zu sauer. Das kann ich nicht ertragen. Nur, dass ich mich versteckt habe. Eins, zwei, drei. Du fängst an. Wow, das ist ja ein Popcandy. Mit einer Spritze Sirup. Wow, das sieht voll cool aus. Mal sehen, was ich habe. Was zum Teufel ist das denn? Das ist hier ein kleiner Sarg. Der macht mir Angst. Ich will mir gar nicht vorstellen, was da drin ist. Lass mich anfangen. Ich bin mir sicher, das wird lecker. Ich darf keinen Tropfen verschütten. Und jetzt will ich das Popcandy öffnen. Ich bin mir sicher, das wird auch gut schmecken. Was für ein helles Glühen. Unglaublich. Emma, halte dich da raus. Das gehört mir alleine. Ja, dieses Pulver kommt auf meine Zunge. Was für ein prickelndes Erlebnis. Echte Explosionen. Als hätte ich ein Feuerwerk im Kopf oder sowas naht. Ich glaube, wir müssen dich löschen. Hier, das Sirup sollte dir helfen. Danke, Emma. Du hast mir geholfen. Ach, was ist in deinem Sarg drin? Wieso hast du mich daran erinnert? Ich habe Angst, diese Box zu öffnen. Was ist das denn? Das dampft ja. Ich bin mir nicht sicher, aber das sieht nach einem richtig scharfen Nachos aus. Du tust mir wirklich leid. Was für ein Albtraum. Das ist mega scharf. Meine Zunge brennt. Du musst aber alles essen. Lass dich nicht ablenken. Sieht so aus, als hätte ich keine andere Wahl. Was wird jetzt wohl passieren? Oh ja, ich brenne schon. Hilfe, Miranda. Oh nein, bloß nicht das. Nicht in meine Richtung. Ich fühle mich wie eine Rakete. Bitte, haltet mich auf. Hier bin ich. Ich lebe noch, das ist gut. Und du? Ja, ich lebe auch noch. Das war voll witzig. Also, ich nehme mir ein Vanilleeis und gebe es in den Mixer. Was könnte ich noch gebrauchen? Oh. Oh, ekelhafter Schimmelkäse. Das werde ich jetzt zusammen mixen. Hm, sieht ganz schön hübsch blau aus. Wunderbar. Riecht aber richtig ekelhaft. Das kommt jetzt in die Eismaschine. Und fertig ist die Eiscreme. So ein Eis sollten wir noch dekorieren. Mit Würmern am besten. Voll eklig. Das kommt hier hin. Und jetzt mache ich ein leckeres Eis. Rotes Eis. Womit soll ich das nur vermischen? Ah ja, genau. Mit diesem wunderbaren Gel. Ein bisschen rot, ein bisschen blau. Und schon bekommen wir wunderbares Lila. Hm, Himbeerfarbe. Wunderbar. Diese Mischung kommt in die Maschine. Oh, schaut euch diese wunderbare Farbe an. Und der Geschmack ist unglaublich. Hier kommen noch ein paar M&M's drüber. Super. Das kommt hier rein. Ich frage mich, wer welches bekommt. Ich will anfangen, okay? Oh ja, das sieht lecker aus. Mh, das schmeckt auch lecker. Ich will auch so eins. Wunderbares Eis. Das schmeckt total. Und die Waffel auch. Ich liebe es. Und jetzt bist du dran. Komm mal. Alles klar. Was ist das denn? Sowas werde ich auf keinen Fall essen. Du musst es aber. Voll ekelhaft. Ich glaube, ich muss gleich kotzen. Oh je, schneller, desto besser. Ich kann gar nicht hinschauen. Ich habe noch nie was Schlimmeres gegessen. Gleich werde ich sterben. Gleich könnt ihr was erleben. Dieses Vanilleeis ist genau das Richtige für meine Idee. Wunderbar. Womit sollte ich das vermischen? Ich glaube, ich nehme mir Senf. Eiscreme mit Senf. Das wird wunderbar. Ein einzigartiger Geschmack. Die Farbe wird sicher schön sein, aber das wird mega eklig schmecken. Ich frage mich, wer das wohl bekommen wird. Mein Supergemisch ist fertig. Und habe ich daraus Eis gemacht. Super. Als Topping nehme ich etwas Katzenfutter. Wie ekelhaft. Das kommt hier rein. Und jetzt mache ich was Leckeres. Let's go. Dafür nehme ich mir Schokoladeneis. Vermische es. Mit Erdbeersoße. Ist ja toll. Eine große Menge davon. Es wird süß und lecker. Jetzt schön vermischen. Voller Geschmack. Das ist genau das Richtige. Das kommt in die Eismaschine. Das wird das beste Eis überhaupt. Und da kommen noch ein paar Cornflakes oben drauf. Sieht toll aus. Hier. Du kommst hier rein. Na, wer wird das wohl probieren? Voll interessant. Wer von uns ist der Glückspilz? Ich habe gewonnen, also kann ich anfangen. Sieht interessant aus. Oh, das schmeckt aber richtig eklig. Ich kann das gar nicht verdauen. Okay. Einfach nur runterschlucken. Öh, Katzenfutter mit Senf. Jetzt bist du dran. Okay. Na gut. Oh ja, da sind Cornflakes drauf. Boah, das ist Schokolade. Ich liebe es. Das werde ich auf jeden Fall auch essen. Jetzt nehme ich mir wieder Vanilleeis. Das ist ganz einfach. Aber hier muss noch was reinkommen. Hm, wie eklig. Fisch. Stinkt ja richtig. Ich habe noch nie ein Fischeis gemacht. und da kommt noch ein bisschen Brokkoli mit rein. Ich frage mich, was da raus wird. Die Farbe sieht eigentlich ganz nett aus. Aber ich weiß ja, was da drin ist. Hier fehlt noch ein bisschen Topping. Wie ist das denn mit Marshmallows? Ich bin mir sicher, das wird nicht lecker sein. Ab in die Box. Und jetzt nehme ich mir noch ein bisschen Vanilleeis und vermische es mit Seetank. Ja, das wird mega eklig. Seetank-Eis. Das jemals jemand tankiert. In die Eismaschine. Und daraus wird jetzt Eis gemacht. Hier fehlt auch noch ein schönes Topping. wie wär's da mit ein paar bunten Streuseln. Das sieht ganz schön sympathisch aus, aber ich will mir gar nicht vorstellen, wie das schmeckt. Fertig. Kann ich diesmal anfangen? Was ist denn das? Das sieht ja köstlich aus. Wunderschön. Wonach schmeckt denn das? Schmeckt's hier nicht? Ich muss mich zusammenreißen und das schnell aufessen. Voll furchtbar. Jetzt bist du dran. Alles klar. Was erwartet mich wohl? Was für eine schöne Farbe mit Marshmallows. Oh nein, das schmeckt aber gar nicht gut. Ich hab mich geirrt. Na los, du musst es aufessen. Ich kann nicht. Du musst es. Ich versuche es. Das ist einfach unmöglich. Na, was erwartest du diesmal? Alles klar. ich nehme mir wie immer übliches weißes Eis und für die Farbe und den Geschmack füge ich ein paar rote Zwiebeln hinzu. Genau so. Und als Krönung gibt's Nutella. Ich schätze, der Nutella-Geschmack wird dieses Eis nichts anhaben können. Das ist ja schon mit Zwiebeln. Wow, diese Farbe sieht einfach wunderbar aus. Wobei der Geruch ... Nee, das will ich echt nicht wissen. Und jetzt mache ich daraus Eis. Mh, die Farbe sieht appetitlich aus. Und obendrauf ein paar Gummibärchen. Schön, aber ich bin mir sicher, dass das richtig eklig sein wird. Was mache ich sonst noch? Oh, ich nehme mir dieses wunderschöne Regenbogeneis. Wunderbar. Und da füge ich ein paar Hühnerbeine rein und ein bisschen Coca-Cola. Die gesamte Flasche. Na also. Ach ja, den Ketchup hätte ich ja fast vergessen, um die Wirkung zu stärken. Was für ein ekelhaftes Eis wird das denn? Das würde ich echt nicht gern probieren. Das kommt jetzt in den Eisautomaten. Interessant aus. Mit ein paar weißen Streuseln. Mh, ganz schön stilvoll. Aber ich weiß ja, dass das mega eklig ist. Nun, Mädels, probiert das. Du ich, du ich, du ich. Ich fange an. Was habe ich denn da? Sieht ganz schön interessant aus. Und wie schmeckt das? Das kann man ja gar nicht essen. So eklig. Geschieht ihr zurecht. Warte, ich werde dich gleich aufessen. Was ist das? Hähnchen mit Cola? Probier deins. Ja, ich bin dran. Lila Eis mit Gummibärchen. Oh mein Gott. Das ist ja voll das schreckliche Eis. Was ist denn mit deinem Gesicht los? Ich kann das nicht essen. Du musst aber, wenn du drauf stehst. Ich glaube, ich muss gleich kotzen. Mach's gut. So viele Zutaten. Ich nehme mir Vanille-Eis als Basis. Womit könnte ich es diesmal vermischen? Diesmal nehme ich mir leckere, süße Oreo-Kekse. Genau das Richtige. Aber ein paar Nuggets gebe ich auch noch mit hinein. Ich frage mich, wie das schmecken wird. alle schön vermischen. Das wird ganz schön unerwartet. Aber ich weiß nicht, ob das schmecken wird. Nuggets sind zwar cool, aber mit Oreo? Ich weiß nicht. Da kommen noch ein paar Humpfdritte drüber. Ein wunderbares Experiment. Sowas hat es sicher noch nicht gegeben. Und dieses Eis werde ich so machen. Ich nehme das Schokoeis. Mh, sieht lecker aus. Und gebe da ein paar leckere Erdbeeren hinein. Alle Erdbeeren, die ich habe, kommen da rein. Und ein paar von diesen Sushi. Ich frage mich, was daraus wird. Alles schön vermischen. Die Farbe sieht gar nicht schlecht aus, aber auch was schmecken wird. Nein. Daraus mache ich jetzt ein Eis. und kippe ein paar Schokoraspeln drüber. Mh, wie appetitlich. Aber den Geruch des Fisches kann ich schon spüren. Das war's auch schon. Mal sehen, wer welches Eis bekommt. Diesmal kannst du anfangen. Mh, sieht appetitlich aus. Und wie schmeckt es? Na, so lala, ich weiß ja nicht. Solltest teils auch probieren. Mh, auf jeden Fall. Das sieht schokoladig aus. Schmeckt aber irgendwie komisch. Aber ich werde trotzdem alles aufessen. Ich habe den Geschmack nicht verstanden. Und du? Ich auch nicht. Aber wir haben trotzdem alles aufgegessen. Uns erwartet eine Challenge. Mit Tonken. Cool, lass mich anfangen. Gerne. Mal sehen, mit welcher Zutat ich meine Torte dekorieren kann. Wann will dieses Rad sich eigentlich noch drehen? Ich rüfe die Augen zu und stoppe es. Was? Was, Zombie? Ich habe von was Besserem geträumt. Jetzt bist du dran, das Rad zu drehen. Ich hoffe, wenigstens habe ich Glück. Der Pfeil ist direkt in der Mitte. das heißt, dass ich beides bekomme. Das sind Kinder Bueno und Nutella. Und das Beste daran ist, dass ich beides auf meine leckere Torte packen kann. Ich liebe Nutella. Aber wie lässt sich die Creme gleichmäßig über den Kuchen verteilen? genau. Genau. Was hat sich vor? Ich brauche ein paar Werkzeuge. Ein Spatel sollte mir helfen. Das sieht so köstlich aus. Diesen Kuchen würde ich auch gerne probieren. Das ist noch nicht alles. Jetzt kann ich die Schokolade noch mit dem Roller gut verteilen. Pass mal auf. Und jetzt kommen noch die Schokoriegel dazu. Erst mal die Verpackung loswerden. Und dann kann ich mich an die Arbeit machen. Wow! Es ist sehr wichtig die Maße nicht zu verwechseln. Okay. Deshalb benutze ich ein Maßband. Alles hat die perfekte Größe. Jetzt kann ich die Torte mit den Schokoriegeln umranden. Hey, worauf wartest du noch? Okay. Du hast noch zwei Tuben Wasabi. Die riechen sogar scharf. Aber ich werde beweisen, wie mutig ich bin. Wasabi kann mir doch Kuchen verteilen. Kann ich deinen Spatel verwenden? Ich glaube, Mia wird das nicht stören. Da ist sogar noch etwas Nutella übrig. Erledigt. Natürlich werde ich den Spatel nicht waschen. Mia kriegt etwas Wasabi hinzu. Wieso ist die Schokolade grün? Ist das Wasabi? Kate, du solltest dich schämen. Wie konntest du das wagen? Du hättest mir fast ins Auge getroffen. Das war's. Genug geredet. Zeit, das Ding zu probieren. Ich glaube, Kate hat den Verstand verloren. Wünscht mir Glück. Na, wie ist das? Jetzt will ich auch was von der Torte probieren. Ich bin mir sicher, das wird einfach magisch gut. Ich hatte recht. Das ist der beste Kuchen, den ich je probiert habe. Ich kann einfach nicht aufhören. Das ist eine echte Schokoladenbombe. Schokoladenbombe. Ich hingegen kann meinen Kuchen nicht wirklich essen. Das brennt ja richtig. Oh nein, mein Mund verbrennt gerade. Ich brauche dringend was anderes. Ich brauche noch mehr. Ach, dass du wegkommst. Als Strafe kriegst du noch dieses kleine Rad hier. Okay, schlimmer kann es eh nicht werden. Oh nein, bloß keine Eier. Ich hasse Eier. Das geschieht dir zu recht. schlecht. Ich glaube, du musst die Eier nicht unbedingt auf den Kuchen geben. Wie wär's mit einer Eierdusche? Das ist furchtbar. Ich bin völlig nass. Das wird köstlich. Hier, warum schläfst du? Hündefutter? ja, genau. Oh, ja, ich krieg Bonbons. Und das bekomme ich. Hundefutter? Aber ich bin noch kein Hund. Du musst das Futter aber essen. Auf mich wartet ein ganzes Fass voller Leckereien. Hey, awesome. Ich hab noch niemals bevor Hundefutter probiert. Vielleicht schmeckt es ja. Ich lau mich ja mal die Packung auf. Achso, das ging so. Oh, no. Das stinkt ja richtig. Meine Bonbons gefallen mir richtig gut. Die sind so schön sauer und lecker. Die gehören auf meine süße Torte. Die werden den Geschmack super ergänzen. Erstaunlich, das sieht klasse aus. Jetzt will ich aber was probieren. Das sieht ja schön aus. Die Säure kann ich spüren. Das gefällt mir. Kate, hör auf mich anzustarren. Isst deinen Kuchen. Na, ich will die Packung nicht einfach umkippen. Das wird zu viel sein. eine Hand voll wird reichen. Awesome. Das ist gut. Oh nein, du musst alles damit bestreuen. Wieso bist du so gemein? Hallo, wer bist du denn? Du kommst gerade rechtzeitig schau, wie viel Butter ich habe. Was ist hier los? Wo kommt der Hund her? Ich bin allergisch gegen Hunde. Mach, dass du wegkommst. die ganz schön gemein. Na gut, wenn Hunde das essen können, kann ich das auch essen. Nein, ich kann nicht. Was jammerst du? Oh, meine Süßigkeiten sind auch mega sauer. Sogar viel zu sauer. Zu schade, dass ich kein Handy hier habe. Ich würde ein Foto von dir machen. Wenn du dich jetzt eh nicht bewegen kannst, dann kann mein Hund natürlich die Torte probieren. schon wieder dieser Hund. Du hast schon wieder gegen die Regeln verstoßen und nicht das gegessen, was du bekommen hast. Du bekommst ein Bestrafungsrat. Nein, bitte nicht. Okay, ich muss es eh tun. Oh, nein, das wird mein Make-up ruinieren. Das wird sicher lustig. Jetzt muss ich mir mein Gesicht waschen. Ich finde, das steht dir wirklich.